Ein Freund von dir, Islam Dulatov, hat gerade gekämpft in der UFC, hat einen unglaublichen Knockout gelandet. Macht mal Lärm für Islam, macht mal Lärm für Islam, Dulatov. Ja, erstmal Glückwunsch meinem Bruder, also das habe ich ihm ja selber schon tausendmal gesagt, ich bin sehr stolz auf ihn, er ist ein Bruder, ich habe immerhin eine große Zukunft gesehen, schon seitdem er ein kleiner Junge ist und das hat er sich verdient, auf jeden Fall, er hat es jetzt vorgemacht am Samstag und ich werde es jetzt morgen. Let's go! 83.9 Championship Wave made by Karim Enghizeh! Next up, let's welcome the reigning, defending middleweight champion Patrick Kinsell! Pound for Pound, number one fighter in the Octagon rankings, the longest reigning champion, defending the belt here in Germany, 83.9, plus a belt, give it up for Patrick Kinsell! Kermit! 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 Kermit Jerome! Mein Bester, dein Coach hat mir verraten, morgen wird Frankfurt komplett in Rot sein. Was sind die letzten Worte an die Fans von dir zu diesem historischen Kampf? Frankfurt wird Rot! Frankfurt wird Rot! Bitte alles, wenn morgen. Morgen wird der Gürtel-Milk und das ist jetzt noch ausgelebt. Okay, so how about you, Mr. Kitzel? This is the last face-off that you had before the match tomorrow. What was the intensity that you were feeling in this face-off right now? Yeah, I feel great. I think the energy tomorrow will be awesome and I think it's gonna be huge tomorrow. Yeah, absolutely. Here remain Ezekiel gegen Patry Kitzel! Last but by no means least, the fight that proves that not all men...